Kommt keiner. 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 Von Vanessa. Kommt keiner. Oblivion. Und WoW. Und dann haben wir. Wir haben angefangen, Was, was ich geil. noch DC oder Vertigo oder Vertigo ist glaube ich auch gehört zu Marvel ne Lost Chaos nicht, irgendwas mit Line Line ich weiß nicht mehr die hatten super Probleme damals weil der Charaktereditor, der war halt wirklich so mächtig du konntest dir jeden beliebigen bekannten Superhelden bauen und wenn das jemand gemacht hatte und du warst in einer Gruppe mit denen ständig kam irgendwie ein Game Master vorbei und nahm dich dann mit und dann müsstest du dein Kostüm ändern bei Serge im Kostümladen das war so Modedesigner da konnte man hin später und selber das Kostüm ändern aber wenn der Game Master kam dann musstest du weil das Kostüm halt so ähnlich war zu einem ja urheberrechtlich geschützten Superhelden das war echt ein geiles Spiel ja leider Abo-Modell und das hat schätze ich mal die meisten Leute abgeschreckt Champions Online sagt mir nichts nein das hieß City 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 of Heroes und später kannst du dann ähm einen Superhelden spielen oder einen Super Schurken und ansonsten halt das eigentlich das Übliche du hattest alles was man halt aus diesen Mobas kennt du hattest wie sagt man Fernkräfte Nahkräfte es gab Heiler es gab Tanks es gab Buffs äh Buffers äh Buffers wie heißen die ich kenne mich da auch nicht aus in der Terminologie Dragons Prophet sagt mir auch gar nichts nie gehört ok ich hab gesehen gerade spielen irgendwie alle Baldur's Gate ne oder hier Follow List war wieder voll nur mit einem Spiel ich weiß auch nicht werden die da alle für bezahlt Drachen fangen zählen züchten ok manchmal hab ich das Gefühl tatsächlich äh irgendwelche Twitch Partner die spielen nur das was gerade rauskommt von allen heiß erwartet ich wusste nicht mal dass es kommt weil es mich äh genauso wenig interessiert wie die ersten beiden Teile ist ja so wie ist so Ich habe es sicher mal hier und da erwähnt, Fantasy ist eh nicht so meins. Echt jetzt, der zweite, Baldur's G2 war auf der PS2. Okay, ja, also wenn man das Genre mag, das ist dann vielleicht interessant hier. Okay, also die haben jetzt 20 Jahre auf eine Fortsetzung gewartet. Ja, dann kann ich es nachvollziehen. Aber dass da irgendwie gefühlt jeder Twitch-Partner drauf gewartet hat, kann ich mir dann auch wieder nicht so ganz vorstellen. Irgendwie steckt da vielleicht noch was anderes dahinter. Twitch gab es da noch nicht, YouTube auch nicht, gab es ein paar andere Plattformen. Die waren allerdings längst nicht so verbreitet, weil auch entsprechende Internetleitungen noch gar nicht so verbreitet waren. Just in hieß das und das gab es 2004 oder nicht. Dauerte da noch ein bisschen. Ja, aber kennst du zum Beispiel Wii Game? Da konntest du auch streamen. Das war rein spielorientiert, du konntest da Videos hochladen, Playthroughs waren das meist. Let's Plays auch Screenshots, irgendwelche Guides oder so. Und EVE Online Spiele haben das viel genutzt, aber auch andere. Und ich musste immer schon lachen, dieser Pete Smith zum Beispiel, ist bei mir ja. Das Verrückte ist, die schreit, aber es kommt keiner. Zweite Mal schon. Ja. Es kommt keiner. Kann mir nur recht sein. Gladiator 2, das Browser-Game. Schlange. Schlange. Vielleicht kommt jetzt eine Horde Schlangen. Das kann ich noch penner geben. Ja, also Pete Smith meinte damals der Erste gewesen zu sein, dann bei YouTube, glaube ich. Oder sogar bei Twitch, der der Erste gewesen wäre, der Let's Plays gezeigt hätte. Wo ich dann dachte, Junge, wo ich dann dachte, Junge, du hast sowas von gar keine Ahnung. Aber wie das ist, die Leute haben, die Leute haben, die Leute haben, die Leute haben das dann geschluckt, haben das geglaubt und ihn gefeiert. Außer, die Leute haben, 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 die Leute haben gelacht, weil die wussten es halt besser. Aber die hat es auch überhaupt nicht interessiert, was da irgend so ein kleiner, dicker Junge mit Brille erzählt. EVE Online war eh nochmal separat. Ja, das stimmt auch nicht. Ja, die Story mit Paddy und das sollte man sich auf, ja, das ist, das könnte ich jetzt sowas von auseinander pflücken. Ich habe mich ja ein bisschen mit der Entwicklung beschäftigt, weil ich es erfunden habe. Beziehungsweise dann eben auch gemacht habe unter einem Let's Play verstehe ich einen Livestream im Internet. Und was Paddy gemacht hat und hätte es gewusst, hätte ich ihn angestellt. Er hat das auf, er hat Spiele auf VHS aufgenommen und kommentiert. Wrestling zum Beispiel. So, so, ganz doof. Da gab es so ein Wrestling-Game. Ja, aber dieses Let's Play hat er in seinem Wohnzimmer aufgenommen, auf VHS und das haben fünf Leute gesehen. Da gab es noch gar kein Internet. Und dieser Michael Sawyer, der hat nicht mal Videos, ja doch, dann gab es schon, ja, es war ja dann YouTube. Bei Something Awful gab es 2004 und die wurden damals schon als Let's Play gefeiert. Screenshots von Spielen, die kommentiert wurden mit Texten darunter. Und die galten über ein Jahrzehnt als die ersten Let's Plays. Screenshots mit Kommentaren. So. Und Paddy, wie gesagt, in seinem Wohnzimmer. Und er hat die dann später bei YouTube hochgeladen. Dadurch ist es halt bekannt geworden. Und glaub mir, ich kenne selber Leute, die das gemacht haben, die Spiele auf Videoaufnahmen und kommentiert haben. Und das halt nie bei YouTube hochgeladen haben, weil die Videos, VHS-Kassetten, die waren irgendwann halt durch, die wurden überspielt. Ich habe das beruflich gemacht, 99. Und das kam zwei, dreimal die Woche, haben wir ein Spiel vorgestellt, eine Stunde, kommentiert, live im Internet. Leute konnten live über ICQ Kommentare dazu abgeben. Und ich lasse alleine auf, ja, Aufzeichnung ist okay, ja, doch. Aber ich habe halt damals schon einen draufgesetzt und das halt live gemacht. Ja, okay, live Let's Play. So. Dass man sich nach der Live-Sendung tatsächlich aber im Archiv auch dann angucken konnte. On Demand, wie man so schön sagt. Ralle XTP. Moin. In welcher Ali war ich? Ich war tatsächlich in diversen, zuletzt dann bei Volt. Volt hat von den Gunzen ein Gebiet bekommen am Rand in Quarius, wo wir uns dann darum kümmern dürften, das zu schützen. Und das zu schützen. Aber wir waren der reine Produktionskorb. Eigentlich hat uns ziemlich zerrieben. Und, äh, also nicht nur die Korb, letztlich dann auch die Alli. Und dann gab es ein Angebot von den Goons, die Alli aufzulösen, eine Korb aufzumachen, wo Member aus der Alli dann rein konnten, um dann die Goons als Korb zu joinen. Ähm, und da bin ich dann raus aus der Alli. Also, weil die Alli war ja eh durch. Alles klar, Molle. Und, äh, ich war CEO meiner Korb und, äh, hätte die Korb halt nicht zugemacht. Und, ähm, deswegen habe ich auch dieses Grund, äh, das ist ja auch nicht zugemacht. Gutem Angebot dann nicht angenommen, um die zu joinen. Dafür waren wir zu klein. Und, ähm, ja. Vegan, eine deutsche Allianz, ne? Ja. Ja. Und wie kommst du jetzt gerade her? Puh. Also, was führt dich jetzt her? Weil, if kann es ja nicht sein, ne? Ja. Das war's bei Erik im Stream, was Erik. Das ist late, oder? Der hat ja vorhin geradet. Das ist vor drei Jahren aufgegeben. Wir hatten gerade 20-Jähriges vor einer Woche. Also da wurde die Korb 20 Jahre alt. Mein Charakter schon ein bisschen früher. Aber ich habe tatsächlich nach dieser Auflösung von Void, das war vor etwa vier Jahren, dann die Korb auch auf Eis gelegt. Bin gelegentlich mal drin, check Mails, quatsche ein bisschen mit ein paar Leuten, zahle aber das Abo auch nicht mehr. Und fing dann tatsächlich auch mit dem Streamen an. Und so wie ich EVE Online gespielt habe, kannst du das gar nicht streamen. Da ist alles komplett geheim und so. Und ja, alles gut. Ich will jetzt auch nicht sagen, dass es 16 oder 17 verlorene Jahre waren. Das hat immer Spaß gemacht. Manchmal war es anstrengend, aber war eine gute Erfahrung. Da wurde letztens war ich nochmal, ja, das habe ich zwei Tage gezeigt, da wurde ein Kiep-Dings da. Die Station wurde zerstört, Kiep-Dings da. Was heißt Kiep-Dings da? Kommt gerade nicht drauf. Sehr große, die größte Station. Zerstört, ja. Jetzt bekommt ihr Ärger, na 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 na. Satan Bot-Helfer. Danke für den Follow. Ralex. Jetzt bekommt ihr Ärger, na 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 na. Auch dir danke für den Follow. Danke für den Follow. Was, Satan Bot-Helfer. Oh, weih. Kiep's da, ja. Ich gewöhne mich langsam an das Wort. Ja, sowas kann man dann schon mal machen. Na, da fliegst du da ein bisschen rum. Erzählst ein bisschen. Sowas geht ja. Aber wie gesagt, ich war der Chef von der Produktionskorb. Und da ist alles geheim. Und wenn du das nicht selber entscheidest und du bist in der Allianz, die drückt dir da auch nochmal diverse Geheimhaltungsstufen, Regeln auf. Wenn da Leute alleine rumfliegen und ein bisschen PvP machen oder so, das ist natürlich gar kein Problem. Oder mit High-Sec Minern gehen, kann auch jeder wissen. Oder mit High-Sec Minern machen oder so, das ist gar kein Problem. Und davon gibt es auch einige. Aber, ne, das wäre dann gar nicht mein Spiel gewesen. Oder meine Art von Spiel. Auf der einen Seite. Auf der anderen Seite ist es natürlich auch eine Möglichkeit, Leuten das Spiel nahe zu bringen. Fragen zu beantworten. Taktiken, Fitting. Oder wie fange ich in EVE an. So, das kann man da alles schön nebenbei erzählen. Ja, aber dann, keine Ahnung. Wie gesagt, das war nicht mein Spiel. Und so ein bisschen war ich natürlich auch froh über die Gelegenheit, endlich mal wieder auch was anderes zocken zu können. Und dann ging das bei mir tatsächlich los mit Survival-Spielen. Rust, Seven Days. Conan. Knorke hat mir gerade Green Hell geschenkt. Da werde ich dann wohl auch mal reingucken müssen. Ach. Kenne ich bisher auch nur von ein paar Streams von Stengi. Tatsächlich. Scum. War sehr geil. Misscreated. Gibt da eigentlich wenige Spiele, die ich ausgelassen habe. Zumindest mal reingeguckt habe. Rambo, vielen Dank nochmal. Und dir auch. Gute Nacht, schlaf schön. Okay. Jage mal reingeguckt, schlaf schön. Vielleicht leg namely, es Alright. Ich glaube nicht. Ich sollte vielleicht mal eine Doku, also ein Drehbuch schreiben für eine Doku über Let's Plays, in der ich dann auch noch mal prominent erwähnt werde. Manchmal muss man es einfach selber machen. Das mit Paddy, ich glaube das Stream macht zumindest heute immer noch Videos und da muss man auch mal das Alter beachten. Also ich finde Jugendliche darf man sowieso nicht unterschätzen. Guck dir Angry Kid an. Der Typ war genial und dann wird da sowas von missbraucht für diese Killerspielgeschichte. Aber was der da abgeliefert hat, dieses Angry Kid Video halt, ist der Hammer. Und wird das irgendwie honoriert oder so? Ne, der Typ wird gemobbt bis zum geht nicht mehr, weil die Medien das Ganze in einen völlig anderen Zusammenhang setzen. Asozial. Der müsste so viel Schadensgeld bekommen eigentlich von den Öffentlich-Rechtlichen. Icarus ist auch schick, genau, ja. Aber, ja, wieso der Content fehlt? Das ist doch gerade ein Spiel mit, ja gut, das ist ziemlich repetitiv, also wiederholt sich. Aber da kam jetzt gerade ein DLC raus mit einer neuen Map, mit, ja es ist eine neue Map oder ein ganzer Planet. Die haben diese Open-World-Geschichte ausgebaut, dass du jetzt wirklich auf der gesamten Map bauen kannst. Und nicht nur auf dieser kleinen Ebene, wo es nicht einen schönen Aussichtspunkt gab. Und, ja, ja, vielleicht mal einfach gucken, was es da an Updates gab. Und das haben wir auch nach dem Release, haben wir das jedes Wochenende gespielt. Und das war echt schick, ist es immer noch. Bei einem Bauwettbewerb haben ich und Mitspieler beinahe den, einen der Top-5-Preise gemacht. Wurden dann allerdings leider nur, äh, wie sagt man das? Besonders erwähnt noch mal, einer der Entwickler meinte, hätten wir da bei dem Sandwurm gebaut, hätten wir gewonnen, hätten wir einen Preis bekommen. Toll, das sagen die einem nachher. Aber so von wegen, wäre der quasi mit auf den Screenshots gewesen, dann wären wir nicht in die engere Wahl gekommen, sondern hätten wir wirklich einen Preis bekommen. Muss man halt olympisch sehen. Eins, ne? Gelt 확인. K scheduled. thrive Bye. 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 Aber es wiederholt sich halt ein bisschen, ja, da gibt es schlimmere Spiele. Die Chaos ist schick, nicht ganz einfach, also im Sinne von auch ein bisschen herausfordernd, doch challenging, challenging. Okay. Ja, Ralle, und was spielst du dann? Statt Eve gab es ein Spiel, das dich dann entsprechend in sein Bann zog. Neues Eve. Neues Eve. Kein Eve EFT, wie meinst du das jetzt? Kein Eve Fitting Tool? Nein, was ich meine ist, gab es ein Spiel, das dich dann nach Eve ähnlich beschäftigte. Das Eve ablöste suchtechnisch. Ja. 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 Vielen Dank. Die Fitting Tool, da war ich jetzt ein bisschen verwirrt. Escape from Tarkov, okay. Das habe ich auch noch nicht gespielt. Aber ich sprach mal vorhin drüber, Daisy zum Beispiel auch noch nicht. Oh, jetzt runter. War ja immer okay, haben wir auch gespielt. Kennt Molle auch, der hat da sehr schöne Sachen gebaut. Zumindest, was ich da so an Screenshots von ihm sah. Habe es hier mit ein paar Mitspielkumpels mal ein paar Wochen gespielt. Aber die bleiben oft nicht lange bei der Stange. Dann kommt wieder irgendwas Neues. Und dann war das für mich auch wieder vorbei. Hat mich jetzt auch nicht so mitgerissen. Aber ich glaube, Molle, wenn er sagt, da kann man schicke Sachen bauen, weil ich gesehen habe, was er gebaut hat. Oder ein paar der Sachen. Und die Optik war zumindest interessant, sage ich mal. Weil das, finde ich, spielt auch ein bisschen eine Rolle. Aber ich möchte. Aber ich bin für mich, spielt auch ein bisschen eine Rolle. Also kann man schief, spielt doch eine Rolle. Oh, ja. Das war's für heute. Untertitelung des ZDF, 2020 Oh, molle, ich weiß, wie es heißt. Sky, howdy. How are you? And thanks for the follow the other day. You're good, Session. Very fine. So, yeah, I didn't ask, but how is your German? Do you understand German? I know that Shiza, you mean Shai-se? You understand some. I lived abroad and I know that if you live in, let's say, you would be Chinese and you would move to, I don't know, San Francisco, you would move to Chinatown. So, you wouldn't have to learn one word in English in your whole, in the rest of your life, right? So, what I mean is you can live for quite some time in a different country with a different language and you won't speak the language because you live in a surrounding where you won't have to learn the language. Okay, yeah, okay. It's pretty random that I have people in my stream, viewers, who are from a different country country, and mostly we will communicate in English because somehow anyone, everyone knows some English, but it's also it's mostly Americans, depending on the game, I guess. If it's a multiplayer, especially racing games, I also played with people sometimes, and mostly they were Americans. And sometimes there's really interesting moments like, I don't know, you know the Volkswagen Bully, no, it's not the Bully, that's, okay, that was the point, the highlight of the story. I showed him all the vehicles I was proud of in the game and one of them was the, yeah, in Germany Bully, we say Bully, Rale, Gute Nacht dir, dank dir für den Follow und fürs Quatschen. Let me see, I'll show you a picture. I'll show you a picture. Someone is coming. Schlaf in a sleep, right? 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 Let's get a picture on, on the net, the crew too, far away. Or even a video, okay. Okay, I just talk and talk and somehow it will make sense, I guess. Just today I was watching an interview with Barr, former attorney of Trump and I thought there's so many different dialects, accents in the United States alone, from which I learned to speak English, from movies, TV series. And sometimes they speak Texan, like a guy from the Northern States or from the South. And I listen to them, I listen to them. I mostly don't know what accent it is. And they all pronounce words differently. And I can't imagine how it sounds if I speak English and if I do have a German accent or or if it's a Texan or if it's a Floridian, you know. Yeah. And I learn from all of them without knowing. I like, for example, Trevor Noah from the Daily Show. I watch lots of late night shows. From John Oliver. Yeah. 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 So, it all mixes into one. So, maybe people who would hear me talking, they would think I use some kind of strange, universal, barbell fish thing. Yeah, absolutely. Absolutely. And to be honest, watching those comedians is where I get my information on political things. and especially John Oliver, he has one theme in one show, one thing he talks about. He's a very loud critic and he shows how things run bad in this country. Oh, thank you. I won't talk Spanish, which is, you may have heard more people talking Spanish much better than me in the US. Okay. The little story I was talking about, I wanted to talk about. This is, now this is a German stream, but it's about this car. Thank you. This car, in German, it's called a bully. And when I wanted to show this American gamer, my bully, he was very, how do you say, irritated. Yeah, because bullying is something totally different. I don't know how you can bully someone with a car. Confused. Thank you. It's also, I also mix, of course, I mix American English and, let's say, real English. And then there's Australian English. Okay. So, I talked about this bully and he was pretty confused about what I wanted him to tell. Yeah, it's about this car. Germany, it's a, it's a, everyone knows, and many people want to have this car. And it's, what, it's like 60 years old, as, as old as a, a, a beetle. Yeah. Mine was blue and white, of course. How do you call this car in America? I don't know. Yeah, I've got this one. The blue one. The blue one. This one. VW minibus. Okay. You can also call it the T1. And this is, if, if, in, in German we have so much words, especially related to computers, communication, internet. Like, in German we say, handy to a mobile phone. Oh, okay, guy. Also, pretty cool. Yeah. In another game, I drive them a lot. Like, in scum. Like, in scum. Like, in scum. Like, in scum. Scum, scum, scum. Scum, scum, scum. Yeah. Over here. This one. You say, handy. Okay, so the first handys in German were the mobile phones, not the smartphones, but the mobile phones. But if you, yeah, in German we do, it's called American Anglicism, Anglicismus. If you transfer some English expression into German. Ah, yeah, yeah, genau, okay. Right. So in Scum, another survival game, you have this car and you have a Russian car, the Laika, a four-wheel. Four-wheel drive, is that right? Yeah. But they don't have to, they haven't the right, the license to use WV in their game. So this car is called Wolf. Not Golf, but Wolf. Yeah, it's the Golf 2. Same color, red. See, there's, over there, it's the Laika. And in the game, you will have to find all those different parts and put it all together. Like doors, seats, all that stuff. Pretty cool game, just a radio is missing, or cassette player. Yeah. Go, go, go. Shit. When you sold it without to us? No. There's some zombie running around in here now. So, where is she? Okay, so how about your odyssey? Odyssey. How is it going? The game is called Odyssey, right? Odyssey. I was just about to ask if you had just finished, but you will just start. Okay. So, have a great stream. Thank you for coming by. Odyssey. Okay. It's like you said, you like the Greek mythology. Yeah, it's an odyssey. I will keep working on this building. In a few weeks, you might see what it may become. It's the Roman times. Wait. Wait. It's the odyssey, the odyssey is about Roman times. Okay. Okay. Fun fact. I won. I won. No, it was the Valhalla game. I won it. I won a key on my last birthday in their stream where they announced the game. Okay. Okay. Got it. I have to check it further. Got it. I have to check it further. I don't have the time to play them. That's... You know how it is. In Germany we say, you can't origins. Ah, okay. In German we say, du kannst nicht auf zwei Hochzeiten tanzen. You can't dance on two weddings. Actually, you can. First on one wedding, then on the next, but you can't be on both at the same time. Ah. 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 So, good luck on your journey. Ah. 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 Thanks for stopping by. Ah. 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 Sehr unhöflich von mir. Sky habe ich, glaube ich, vorgestern zum ersten Mal gesehen. Wir kamen von Ubisoft hat geradet. Oh, Car Mechanic Simulator. Oh, Server Neustart. Server Restart. Destiny 2. Okay. Destiny 2. Ja. Und Sie sind in Car Mechanic Simulator. You do community cars, like someone suggests a car, and you build it. And you said you were a mechanic, so that makes totally sense. I'm the opposite of a mechanic. But maybe then, that may be the challenge then. Car Mechanic. I've got PC Mechanic. I dropped it. PC Building Simulator. Alles klar, Spine. Schlaf schön. Danke nochmal für die Bücher und den Link. Schlaf. When I was about to get me a new computer, I thought I can use this game to build my new computer. To first build my current or my computer at that time. Then to maybe upgrade it. Then to build a new computer, try some things out, like different components. And then I played the game and found out it's about cleaning computers for customers. It's about answering emails, check your wallet, the balance of your wallet to buy new stuff. Boring. And right, I had to earn the money to buy components in the game to actually build the version of the computer I was thinking of. Which meant I had to answer even more emails, clean even more computers from other people or repair them. No. 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 And then I just asked someone else to please tell me what pieces to buy for my new computer. But a friend of mine told me his girlfriend played this game and then she built her own first computer in real life from what she had learned from the game. Well. Car Mechanic. No. Ja, absolut. And this will be my game of the year. Dune in a first person multiplayer survival crafting building game. Can't wait for it. Onidopthos, real onidopthos. Oh, moment. Ah, wir haben noch ein bisschen. Wir haben noch ein Stündchen. Spiele ich das noch? Und dann wollte ich auch mal rüber zu Rust. Jetzt habe ich zwar massig Munition gebaut, also bestimmt ausreichend, keine Ahnung. Aber habe ja gar keine Bass und auch keinen Bock, einen zu bauen. Mal gucken, wer gleich so auftaucht. Jetzt bekommt ihr Ärger. Na, 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 na. Wolfilein. Moin. Und danke für ein Follow. Bist du auch mit Slay drüber gerutscht und wach geworden? Und Molle noch im Lurk? Ich weiß, wie das Spiel hieß. Ich weiß, wie das Spiel hieß. Lineage. Oder Lineage? I don't know. Das war das damals. Guild Wars und Lineage. Keine Ahnung. Guten Morgen. Zufällig reingeschlittert oder? Ja, gerade schon gefragt. Kamst du mit Slate vorhin mit dem Raid? Dann hast du wahrscheinlich gut geschlafen hier. Ich versuche die Leute immer nicht zu wecken. Ah. Ah, nice. Ah, nice. Ah, nice. Du musst die Frage auch nicht beantworten, nein. Du musst die Frage auch nicht beantworten. So, was will der denn hier mit der... Jetzt ist es weg. Okay. 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 Quern. 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 Also sagen wir mal so, wenn keiner mehr kommt und ich alleine wäre während der Horde, dann mache ich die Nisch und wechsle zu Rust. Und dann mache ich die Nischung und wechsle die Nischung und wechsle die Nischung und wechsle die Nischung. Kommt doch jemand, mache ich da gerne mit, wenn ich darf. Bringen meine eigene Ammunition, die brauche ich gerade. ... 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 Ich mache mal einen Test und ich rutsche mal bei Stingart Gaming in dem Wartesaal. Das ist aber selber gar nicht im Stream, oder wie das heißt. Äh, Discord. 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 Das war's für heute. Das war's für heute. Neisser und Marie, da bin ich noch gar nicht gewesen. In klein sieht das fast aus wie echt, wie so eine Hacienda. Geil. Das ganze Grün drumherum, warum waren die das denn her? Das liegt oben auf so einem Berg. Superschön, Grapport. Geil. Sehr schön. Sehr schön. Geil. Vielen Dank. Gerade die haben da Fenster drin und das Wasser hält trotzdem. Okay. Da muss ich die mal besuchen. Sehr geil. Das muss ich mir mal ankommen. Vielen Dank. 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 So. Ich... und... 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 ... und... und... ... ... ... und... ... 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 Uh-huh. 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 So, uh-huh. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Das war's für heute. Das müsste reichen hier, ne? Ich muss was trinken. Danke, wofür? Guck mal, der wohnt. Sieht aus wie der Todesstern. Jetzt sind die Knabe wieder nicht dabei. Okay. 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 hier zum beispiel riesenloch hat wohl jemand ölschiefe abgebaut aber zugemacht denkst du denkst du ich mache auch immer löcher zu nicht nur meine das habe ich heute auch gehabt und zwar den durchbohrer dadurch einen punkt reingemacht und dann festzustellen aber scheinbar doch nicht total verrückt total 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 manchmal denke ich halt wieder das altersheimer oder so aber ich kann zurückspulen im stream also nicht wirklich aber kann man das dann später nochmal angucken und feststellen ja tatsächlich also vor allem ja könnte ja auch sein dass ich mir das nur eingebildet habe aber ja nö ist so gut riesenloch zugemacht hier super selbst auf die eigene schulter klopf noch war hier noch was ein bisschen höher noch hier war 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Okay. Das war's. 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 Ja. Das war's. Dann. Das war's. Was? Das war's. Das war's. Okay. Das war's. Das war's. funktioniert. Das war's. 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 Ich bin mir gut. Ich Tyler. Das war's. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Oh, Fall in die Fresse Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Ich habe übrigens meine alte Bude komplett umgebaut Ja, hatte ich Bock drauf Ja, klar Nein, halt So Ah, noch kein Demolisser Der hat Angst So Oh, irgendein ein dart-Ding ist leer so noch 9 mm normale ja dann kannst du ja den und dabei die man ein stück mal 300 reingemacht wieder alle die horde ist vorbei okay E, Cynix. Ich habe gerade durchs Fernrohr geguckt und da ist der Cop weggeflogen, das Blutspritze. Hier nebenan spielt einer, wie war das? Geh mal weg. Kleine Ärsche, ich bin hier schon wieder rumgezumatet. Geh aber weg. Ah ja, die Garten, glaube ich, alle, ne? Oh, ist nicht schlimm. Ich habe vorhin einfach überall 9mm Money aufgekauft. Alle, die verkauft haben, habe ich alles aufverkauft. Ja. Na, ich kaufe mal Laternen. Cool, ja. Keine, weil mehr haben die nie. Mal. Reloading. Wirücken. Na, Polja, ja. Hm? Yay! Untertitelung des ZDF, 2020 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 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Okay. 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 Wow. Jetzt aber mal eilig hier. Ah ja, genau. Der Langstrickenläufer. Durch die Randfahrt. Über drei Dinger drüber gesprungen. Ja. Jetzt auf Stach. Ist er tot. Ich zieh mich mit vorbeirennen. Oh, oh. Ich hab die Tür aufgemacht. Die fallen runter. Ah, cool. Oh, oh. 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 Dann rupieren wir noch ein bisschen hier. Dann rupieren wir noch ein bisschen hier. Entweder ist die Leiter bei dir kaputt. Die kommen da gar nicht mehr, wa? Ja. Ich glaube ja, die... Weiß es nicht. Mann. Genau, ein bisschen nach hinten gegangen. Okay. Das ist wirklich so ein Meter und die rüsten sich komplett neu aus. Leicht beeinflusst. Ich habe die Tür wieder zugemacht. Vielleicht deswegen. Vielleicht haben sie echt gesagt. Wenn die Tür aufhört und ich runterfalle. Kein Ende. Es nimmt kein Ende. Die kommen rechts angerannt. Geblöde. Ja, ihr auch. Wieder. Tja. Turret habe ich nochmal aufgefüllt. Meinst du es leer? Muss ich auch noch auffüllen. Ja, und das war es mit den neuen Millimeter. Ja. Ich habe noch drei Stöße. Okay. Äh, also jetzt für die Waffe oder für Turret? Turret. Ja, wieder so ein Rocker. Ja. Und wie. Von den hier dann einfach durch. Ähm. 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 Ich kenne dichce. Ja, perfekt. Ich habe immer mehr. Ja, pointer zuerst nicht. Ich kenne es. Ich kenne es. Ich kenne es nicht. Ja, ich kenne es nie. Ich kenne es nicht. Ich kenne es nicht. Ich kenne es nicht. Aber ich kenne es nicht. Ich kenne es nicht. Es würde nicht. Da bin ich aber strikt dagegen. Ja. Ach, hier oben hängt ja wieder einer bei uns. Okay, jetzt mache ich die Gassen aus. Oh, eine Ruhe. So plötzlich, ne? Okay. Er pfeift hin. Und wo ist noch ein Kotzi? Ja. Schleicht einer. Okay. Na ja, traut sich noch einer. Wohl. Rechts. Schreie rein. Ich gehe mal aufs Dach. Wohl. 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 Ich hab die letztes Mal nicht leer gemacht, die Kisten. Okay. So, ich komme nicht mal raus. Oh mein Gott, ich komme. Wie komme ich denn hier raus? Warte, ich mach die Tür auf. Also, ähm, okay, warte mal, die Klappe, ist die auch offen? Sorry. Hier? Dank. Ähm. Geronimo! Hey. Kiste? Okay. Hm. Dann tue ich hier mal wieder mein Stuff rein. Okay. Äh. Okay. Ein Kron. Reißverschluss öffnen. Bitte? Ja, klingt auch so wie Reißverschluss. Sip, ja. Ich hör die Sounds manchmal in der Base und glaube, das sind dann die Pflanzen oder die Tau-Sammler. Ah ja. Die irgendwie, äh, irgendwas produzieren, weißt du? Okay. Lustig. Wenn da eine neue Flasche kommt oder so, ein neues Glas, äh, dann gibt das so einen Inventarsound. Ja. Ganz komisch. Stimmt, also ich kann die gar nicht hören, die stehen ja auf dem Dach. Oh. Okay. Aber an sich hat das eigentlich ganz gut gehalten. Ist ein Stück Leiter im Arsch. Sind sie irgendwie hochgekommen? Cool. Hat wieder sehr viel Spaß gemacht. Ja, Dito, Dito. Unterheber Repetierer Level 3 freigeschaltet zum Bauen. Cool. What? Ich guck mal rum, ob sie hinten wieder ein stückkalte Küche wollen. Nö, diesmal nicht. Ei. Nichts kaputt. Naja. Ist nicht. Alle hier schon. Ach. Keine Löcher. Das ja. Oder das nicht. Hinten alles aufgerubt. Stimmt. An der Base. Aber das habe ich ja jetzt innen mit Stahl quasi nochmal verstärkt. Vielleicht hat das geholfen. Dann wollen die hier auf jeden Fall nicht mehr langen, ja? Mhm. Das ist ja das Ding, ne? So, ich kann gleich gerne mal rumkommen und halt hier zumachen. Du willst reparieren, oder? Genau. Wenn du magst, gerne. Einkaufen und bla. Ja. Und was für ein Konzert? Äh, Kraft Club. Kraft Club. Das sagt mir gar nichts. Nee, hat mir auch nichts gesagt. Willow-Version von Kraftwerk? Wahrscheinlich. Nee, ich habe gegoogelt. Ist schon ein bisschen Elektro, aber mit deutschem Singesang da. Ja. Ich meine, Kraftwerk hat auch nur Englisch gesungen. Weil sie nicht wussten, dass die Amis voll auf irgendeinem deutschen Kram stehen, den sie nicht verstehen. Aber nachsingen. Du hast. Du hast, ja. Du hast was. Genau. Gut, nee, dann super. Dann nehme ich das Angebot gerne an. Also du kannst hier gerne reparieren. Und, ähm. Kann. Dann, äh, sehen wir uns wahrscheinlich morgen. Also ich werde dann heute, ähm, den Rest des Tages nicht mehr online kommen. Ähm. Aber morgen bin ich bestimmt wieder da. Ja. Ich lasse die Türen hier oben offen, alle. Okay. Das Klärchen. Vielen Dank und, äh, dann viel Spaß noch, ne? Vielen Dank. Vielen schönen Tag. Und. Bis bald. Bis bald. Da-da-da. Da-da-da. Banal. Ja, danke. Wenn ich wüsste, dass es so einfach wäre, dann würde ich auf so Multiplayer-Spiele gehen mit 300 Leuten. Und die versuchen zu triggern, dass die alle in den Stream kommen. Nee, also warum fragst du, löst du die Datenfallen und den Strom nicht aus, aber, genau was Jochen sagt, du kannst es ja einstellen. Also wer quasi Aktionen auslöst. Du, ein Freund, Verbündete, Nicht-Verbündete oder eben Zombies oder Tiere. Jetzt kann ich dir das hier leider schlecht zeigen. Du hast nichts verändert und die haben bis heute quasi, also heute hat sich das geändert. Du hast aber nichts verändert, meinst du? Und du kannst die Geschütze nicht neu ausrichten, obwohl die an sind. Und hat jemand anders Zugriff da drauf? Nee, es hat mit der Skillung nichts zu tun. Gebietsschutzblock weg. All die feinen Tipps, Stecker. Da wird richtig dran, An- und Ausschalter betätigt. Ich weiß nicht, ob ich das, ich habe ja jetzt gerade, nee, ich bin nicht mehr in der Gruppe. Server startet gleich, nein, tatsächlich. Ich kriege endlich meinen Cappuccino. Lass mal gucken, ob ich da irgendwas machen kann. Dann könntest du hier bei Betty zeigen. Oh Mann, ich kann ja nicht mal dranspringen. Ich bin nicht mehr oder nicht. Ich bin nicht mehr, ich kann das, ich bin nicht mehr in der Gruppe. Hier, du hast hier diese Zielauswahl, sich selbst, Munition, Fremde, Zombies, Verbündete. Da steht bei dir nur auf Zombies. Okay, das wäre jetzt die erste Geschichte gewesen. Dann vielleicht die Munition freigeschaltet. Dann schießen die natürlich gar nicht. Also es musste sperren hier, das Schloss muss drauf. Dann schießen die. Ja, wer sagte denn vorhin, der Strom ginge gar nicht an. Warst du das? Du hattest wenige Zombies. Ich habe noch gar nicht geguckt. Ich war bei 2, 2, 2, 2. Also ich hatte jetzt 250. Betty habe ich nicht gefragt. Und dann hatten wir hier aber auch noch Darts und 500 Kills. Wow. Okay. Wir hatten jetzt hier aber auch noch Darts und Maschinen-Turrets. und Betty hat auch noch mitgeballert. Und keine Ahnung, wie die Kills der Turrets und so gezählt werden. Wow. 1200 Zombies. Warst du da alleine im Server? Zwei Level gemacht. Und ich habe echt versucht, Schick draufzuhalten. Ah. Okay, dann weiß ich ja, was ich gleich zu tun habe hier. Oh, wei. Ich denke, ich war noch dauernd Black Dragon. Ja, wir hatten jetzt gerade zum Beispiel Lacronimus sitzt direkt da vorne. Keine Ahnung, ob der uns hier die Zombies weggenommen hat. Lidiluna. Weiß ich gar nicht. Der hat da auch nur 200. Ja, guck mal, wir sind hier in einem... Wie weit ist es zu dir rüber? 800 Meter. 200 Meter. Also hier wussten die Zombies ja gar nicht, kommen die jetzt zu uns oder zu Lacronimus. Deswegen stand die wahrscheinlich teils auch etwas unschlüssig herum. Nee, aber also hier war eigentlich durchgängig, kamen hier welche hoch. Jetzt hat, äh, weiß ich nicht, ob das was damit zu tun hat. Betty ist halt auch noch nicht so hoch im Level. Verteilung, ne, insgesamt. Ich weiß es nicht. Weil es heißt ja eigentlich pro Spieler so und so viel, äh, oder? Oder gilt das insgesamt? Weiß ich nicht. So und so viel Zombies. Endlich. Ja, also wir waren ja jetzt echt viele, ne? Ja, ich hab erst gedacht, äh, ich mach das schon wieder alleine. Ich glaub, Jochen und Luna kamen gerade rein. Dann waren wir immer noch acht Leute. Aber 1200 Kills. Das ist heftig. Die hab ich ja nicht mal. Na gut, so langsam hab ich die jetzt mal. Na guck mal, ich hab grad mal, äh, doppelt so viel. Ich hatte jetzt so, ich hatte 2222, also fast genau 250 Kills. Wenn ich das jetzt mal auf die Tage umrechne. 10 Hordennächte. Zehn Hordennächte. Und wir sind bei, das war jetzt die 49. Horde. 48. 48. 20. Die 47. Gut, am Anfang hast du natürlich nicht so viel. Ja. Was sind brü-die. 50. 50. 50. 50. 50. 80. Also ich fand es cool. Guten Appetit euch. Und ihr auch, Panne. Alle. Wieder im Lurk. Alles klar. Wieder im Lurk. Watch Time. Lass mal sehen, wie heißt das bei uns. Es war irgendwas mit Stunden oder so. Ich glaube Watch Time hatte ich nie reingemacht, weil es doch irgendwie eh so ein Auto. Automatisches Ding ist. Watch Time ist da eh drin. Ausrufezeichen Stunden. Ist das das? Ja, ne? Aber warum heißt das? Er sagt gut Deutsch. Oh, denn schön. Denn schön. Und hier von wegen. Manchmal muss man mich ein paar Mal anstoßen. Und wie ihr hört, das mit dem Inspektor ist nach und vor immer noch nicht hundertprozentig weg. Hält dich nicht so an. Hast du das gesehen? Du bist echt... Nein. Nein, nein. Du hast dich verguckt. Klippen, Klippen, bitte Klippen. Das sah witzig aus. Klippen, Imperativ. Genau, der Pizza Panda, der streamt nämlich auch, wenn ich nicht da bin. Kann man da auch mal rübergucken. So wie der... Ich glaube sogar der Lekronimus auch, ne? Jo, guten Appetit dir. Ah! Interessant. Wenn es mal wieder schnell gehen soll. Ach ja, der hat gar keine Clips, aber egal, ne? So. Dann haben wir denn noch hier alles. Kleine Werbeeinblendung. Dann, Joe. Mir doch mal was cooles hier jetzt. Was hat das denn? Die lebt ja wie ein Penner. Ne, ich meine vorher. Ja. Ladies first könnte man sagen, aber heute ist es ja... Na. Lady Luna. Das gibt's doch nicht. Das gibt's doch nicht. Das gibt's doch. Hat keine Clips. Okay. Wen haben wir denn noch? Oi. Oi. Mate. Wird nicht clippiger. Aber natürlich kann man drauf klicken. Wenn wir denn noch... Mal gucken, ob der noch geht. Blattmunket, du bist ja bekloppt. Vielen Dank. Vielen Dank für dein... Für deine Donation. Du willst doch nur, dass ich hier jetzt sterbe. Das hast du genau ausgesucht, das Timing. Vom Glück hauen die Zombies hier so blöd gegen die Wand. Hm. Ja, da wird dann natürlich alles Gute. Mina streamt schon ewig nicht mehr. Aber wenn ihr dem alle einfach mal followt, vielleicht überlegt sich der das nochmal. Hm. 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 Sefa weiß ich gar nicht. Ich glaube nicht, ne? Hm. Hm. Maio mia Stängi. Haha lol. Maio mia Stängi. Mann, ich weiß nicht mal, ob du ein Pro-Spieler bist, oder? Was machst du denn? Was hast du denn da umgemacht? Pro-Gamer? Ja. Also muss ich eigentlich auf dich hören. Oh, ich wollte eigentlich noch Bier mit ihm. Jetzt stehst du total flach und kannst kümmer aufstehen. Ja, da stehst du gut. Ich beobert das da schon eine ganze Weile. Ah, ich schaue. Wir wünschen dir alle gute Besserung. Nicht da reingehen, nicht da reingehen, nicht da reingehen. Ja, inwiefern das... Ich verstehe nicht, warum du das machst. Naja, so Pro kannst du ja jetzt nicht gewesen sein. Wie lang war denn jetzt dieser Clip? Guckt ja eh keiner. Das weißt du ja vorher nicht. Und ich denke mir immer, wenn einer zuguckt, reicht er schon. Dann ist eigentlich der Stream schon gerechtfertigt. Klingt irgendwie komisch, aber wenn du nicht streamst... Klar gehören da immer zwei zu. Aber wenn du nicht streamst, kann auch keiner gucken. Und ob da jetzt einer guckt oder nicht, habe ich vorher noch nie gewusst, außer jemand sagte, hier mach mal Stream an, dann gucke ich rein. Aber ich stream jetzt nicht, weil jemand sagt, stream doch mal. Ich stream, wenn ich Bock habe. Und wenn du in dem Sinne quasi keinen Bock hast zu streamen, ja dann lass es. Ich habe schon Leute kennengelernt, die dann erst recht streamen. Aber natürlich ist, erstmal ist jeder anders. Manchen hilft es dann, sich abzulenken, wenn sie streamen. Oder kommen halt besser drauf, andere eben nicht. Das ist jeder anders. Da kann ich dir keinen Tipp geben. Ich bin auch kein Psychologe. Sowieso nicht. Wenn er nicht danach ist, dann lass es. Wenn er danach ist, dann mach es. Und dann siehst du immer noch, ob jemand kommt oder nicht. Aber ja, verstehe ich. So, ich stehe aber hier mal kurz blöd rum. Und hol mir noch einen Kaffee. Tja, wie gesagt, gut, du bist so. Das gilt dann für alles, was du hast. Das gilt dann für alles, was du hast. Bis dann, dich überlebt. Das gilt dann für euch. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Total umgebaut Untertitelung des ZDF, 2020 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 einen kleinen Zahn um den Baum, einen Riesenspieß über dem Lagerfeuer. Dann diese Lampen hier. Solche Lagerfeuer. Magic. Bettys Garder. Warte mal, hier gibt es auch ein Holz oder hat sie die aufgewertet? Weil es sind eigentliche Glasstrukturen. Nee, 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 das gibt es nicht im Glas. Alles gut. Okay. Möchte ich mir nur mal angucken. So, und wie mache ich das hier jetzt? Um, fuck. Okay. Okay. Auf Winter. Wo? Auf Winter. Warte mal. Werdet ihr schlafen? Die Platte. Die Platte. Die Platte. Die Platte. Die kann sie ja gebrauchen für. Die. 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 Vielen Dank. Genau. Ich weiß doch nicht. Super. Doch in Glas. Und wenn ich Glas aufwerte, dann das geht ja. Da war das Ding. Ich benutze ja zum Beispiel schon ewig dieses Ding hier. Eine Würfelrunde Ecke. Wo ich da gerade gesehen habe, war quasi eine hohle Runde Ecke. Also das Ding hier, aber in hohle. Außen abgerundet. Und in der inneren rohle. Das ist strange. Was Panda da erzählt. Moin. Um mal so auf alles irgendwie zu reagieren. Das Ding in der Hohle. Runde Ecke holen. Hier haben wir die Platten Ecke, aber es müsste eine runde Platten Ecke sein. Das sind auch, müsste ich jetzt wieder raussuchen, aber da waren so geile Sachen dabei, die einfach zweimal vorhanden waren. Und einfach nur einen anderen Namen hatten. In der A20-Section. In der A20-Section. BeatBank. 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 Ach guck mal hier, eine Gruppe Kegel. Ich werde bescheuert. Kegelinne. Kegelinne. Würfel Runde Ecke oben. Hohl. Hohl. Wow. Merci. Aber wo ist denn das Ding? Das ist halt auch, ne? Hier. Das Ding ist zwei Meter und das hier ist wahrscheinlich 20 Zentimeter groß. Also du hast natürlich überhaupt keine Relation, außer dass du weißt, dass es einen maximalen Block groß ist. Und das stimmt gar nicht, weil es gibt Elemente, die sind drei Blöcke groß. Alter. Und dann hast du hier mal, hier hast du dieses Raster. Dann hast du es hier dunkel. Dann hast du es hier, wo ist es? Wo haben wir es? Ne? Dieses Viereck ist hier einfach dunkelgrau. Hier ist es ein Karo Raster. Dann gibt es welche, ja, dunkelgrau, hellgrau mit drei Seiten. Da ist es. Und dann natürlich die ganze Ohne. Da ist es. Als hätte man sich aus vier verschiedenen Bibliotheken was zusammengesucht. Da komme ich seit, seit ich das spiele nicht drüber. Na ja. Ich wollte ja nicht mehr kritisieren. Morgen erst wieder. Ja. So, das da haben wir ja auch bald wieder zu. So. Das ist eine komische Baustelle. Um immer noch. So. Jetzt ist es ein Baum doctoral. Wie geht denn das? Das ist alles einfach. Das ist doch immer wieder zu. Okay. Ich weiß, was du meinst, aber die waren einfach völlig identisch. Vielleicht findest du mal wieder, das war jetzt in der H20. Okay. 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 Okay, dann bin ich gleich mal PR- die Okay. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Wie meinst du alle Blöcke in der Auswahl? Wie meinst du alle Blöcke aus dem Glas? Und du erzähltest gestern, wenn man einen Glasblock nehme, dann wäre ein normaler Block daneben ebenfalls transparent. Habe ich das richtig verstanden? Weil beim ersten Mal habe ich das so verstanden, dass die im Grunde eigentlich nicht transparent sind, sondern dass man halt dann den Block daneben plötzlich sieht. Dass man die Schnittstellen sieht, was total bescheuert aussieht natürlich. Du hast sämtliche Blöcke, die ich hier in dem Menü habe, aus Glas. Das wäre ja krass. Das war's für heute. Das ist ja Quatsch. Also vielleicht kann es interessant mal. aber wäre Quatsch. Ja, das war. Was ist das? Ich muss auch mal was essen. Ich fahre hier mal kurz ein bisschen rum. Hauptbäume um. Ne, das geht ja gar nicht. Mal gleich. Oh, ja, super clever. Nice. Verstehe. Ja. Das war's für heute. 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 Oh boy. 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 Okay. Das war's. 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 Das ist Gewöhnung. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Jetzt ist es hier, es ist weit zu sehen. Vielen Dank. 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 Oh. Oh, yeah. Hier schon wieder weh gemalt. Okay. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Okay. 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 Hey, man, moutroir, das weg. Kan er gar nicht sein? Was ist Dustin hier? Was ist Dustin hier? Was ist Dustin hier? Das wurde doch die ganze Zeit angezeigt. Was ist Dustin hier? Was ist Dustin hier? Was ist Dustin hier? Was ist Dustin hier? Das ist ein Stapel Bücher am Dach. Und der ist schief, der es an das Dach an mir passt, an die Dachschreihe. Wie geht Dustin hier? Wie geht Dustin hier? Was ist 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 Dustin hier? Ja gut. Ja gut, vielleicht hat man im Kreativmenü auch noch andere Möglichkeiten, dass man das auch neigen kann. Ja? Ja, also nicht nur kippen in die bekannte Richtung, sondern tatsächlich auch noch neigen. Das habe ich schon fast wieder vergessen. Das habe ich schon fast wieder vergessen, dass das überhaupt eine Option sein könnte in irgendeiner Form. Die Neigung von dem Bücherstab ist an das Dach, an die Dachneigung angepasst. Wo habe ich das? Also habe ich das hier in Seven Day schon mal gesehen? Nein. I don't think so. Also diese Alpha ist komplett für den Popo. Als würden die sagen, tun wir mal so, als wäre das wirklich eine Alpha. Was? 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Das interessiert wieder kein Schwein. Das ist jetzt wieder eine Frage des Winkels. Das ist vielleicht auch. Ja. Das kann ja nicht fliegen. 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 Manchmal sagt keiner was mehr. Dann steht ja immer die ganze Zeit dasselbe im Chat. Und ich lese das immer wieder neu. Das kann ja nicht fliegen. 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 Das war's. Vielen Dank. 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 Ich will da rauf. Okay, mit dem habe ich jetzt nicht geredet. Oh ja, grüßt nicht. 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 Okay, grüßt nicht. Okay, grüßt nicht. Oh ja, 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 grüßt nicht. Okay, 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 grüßt nicht. Okay. Okay, grüßt nicht. Okay, grüßt nicht. Okay, grüßt nicht. Das geht gar nicht. Was ist das? Das ist unmöglich. Das ist vollkommen unmöglich in diesem Spiel. Das ist unmöglich. Das ist unmöglich. Okay, du hörst gar nicht zu. Das ist okay. Ich zeige hier gerade unmögliche Dinge. Das ist unmöglich. Das ist unmöglich. So geneigt wie das Dach. Die steht genau auf dem Dach. Das Kuriose ist jetzt nicht, dass die Bücher einfach nicht runterrutschen. Sondern, was ist das hier für eine Form? Das ist diese Form. Völlig legal, dass ich das immer alles erzählen muss. Kann ich die auch kopieren? Siehst du diesen weißen Rahmen um dieses Objekt hier? Ja? Seit wann kann Stingert Gaming den Server neu starten? Wenn du diese Bücher auf den Block stellen willst, wo stehen die dann? Weißt du, was ich meine? Wo ist der Block? Wo ist der Block? Wo ist der Block? Wo ist der Glock? Und wo müsste dieser Stapel Bücher stehen? Weißt du, wie ich meine? Das wäre einer der größten Wünsche, dass man das da machen könnte. Und das können wir nicht und das können die Entwickler auch nicht, außer das ist ein Block, außer das ist der linke Block mit einem Bücherstapel drauf, direkt. Anders geht das gar nicht. Das ist völlig unlogisch. Das ist unmöglich, dieses Bild. Und wie Grigow vorhin sagte, der Stapel gehört nicht mehr aufs Dach. Der ist da eigentlich drin im Gebäude. Und ich hoffe, der Rocker kommt gleich nicht wieder. Das geht gar nicht. Kaffee, 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 Kaffee. Schöner, schwarzer, heißer, schöner Kaffee. Scheiße. Hä? Man kann auch Milch reinschütten. Schwarzer, Junge. Der ist dann nicht mehr schwarz, wenn du Milch da rein tust. Schwarzer, Junge. Schwarzer was? Sagen wir nicht. Wir reden vom Kaffee. Wir sprechen vom Kaffee. Kaffee, 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 Kaffee. Loll? Verbindung zum Server wurde unterbrochen. Zu viele Spiele auf dem Server. Also? Wulcher? So habe ich das nicht gemeint zu meiner Schwerzeirkel. Dabei sind Afghanen eher braunhäutig. Danke. 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 Was hältst du denn hier von einem Spider? Ich weiß nicht mal, ob da Pigmented Unsinn im Kaffee ist. Okay, kannst du das irgendwie erklären? Wie das bitte funktionieren soll. Guck mal, die Neigung. Nur um das mal zu veranschaulichen, habe ich mal den Block da drunter kopiert. Und das wäre der, der sieht schön aus, ist aber völlig unmöglich. Es ist komplett unmöglich. Wenn, selbst wenn du das neigen könntest und du wolltest das hier auf diesem Block draufstellen, wo wäre das dann? Es würde dann hier mit dieser Neigung über dem Block schweben. Das hier geht nicht. Das ist unmöglich. Klar sieht das schön aus, das ist eine Traumvorstellung. Dazu müssten wir das Ganze so manipulieren können, dass wir die beiden Blöcke ineinander schieben können. Wenn es ein Block wäre, dann ja. Meinst du, es ist ein Block? Es kann nur ein Block sein. Aber dann müsste es ja im Grunde, naja, nicht unbedingt. Man könnte vielleicht extra für dieses eine POI genau diesen Block gemacht haben. Das könnte sein. Das ist die einzige Möglichkeit. Das genau für diesen POI dieser Doppelblock geschaffen wurde, um auf diesem Block, um auf diesem Dach so zu sein. Und sämtliche Bücher sind natürlich mit Kleber miteinander festgeklebt, sonst würden die bei der Neigung runterfallen. Also allein das erste Buch würde schon runterfallen und die da oben drauf sowieso. Das ganze Bild ist völlig unlogisch. Oder habe ich jetzt etwas gewonnen, weil ich es gefunden habe? Das könnte natürlich auch sein. Das könnte auch sein. Und welcher Bug fügt zwei Elemente so perfekt zusammen? Nee, das muss einfach ein Gag sein. Weißt du, wenn du bis hierhin gekommen bist und sowieso noch nicht Meshuggah, dann spätestens jetzt. Irgendwie sowas. Irgendwie sowas. Ich muss mal eben was essen. Unglaublich. Kurz zur Ablenkung. Ein Schild. Ein Hinweis. Eine Bemerkung. Konec. Das war's für heute. Vielen Dank. 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 Und... Ja, also das ist... Das ist... Melody Silver Melody Silver Ja klar Ich kann den ja auch looten Und was passiert, wenn ich den lute? Der verschwindet, richtig? Also die Theorie mit dem Das ist ein Block Vor allem finde ich geil, dass direkt daneben halt dieses Gerade-Ding ist. Und man einfach sieht. Dass es nicht irgendwie getürbt ist oder so, darf man noch sagen? Ja. Wenn ich das loote, ist es weg, dann glaubt es mir keiner. Ich weiß aber, wie die Leute sind. Hätte ich meine Let's Plays so aufbewahrt wie Paddy oder irgendjemand? Hätte die aufbewahrt, dann hätte es wahrscheinlich schon 1980 oder 70 die ersten Let's Plays gegeben. Mit Pong halt. Ja und der Ball kommt ins Spiel und der Ball geht nach unten. Titscht von der Linie ab, geht wieder nach oben. Wird den bekommen, wird den bekommen, wird den bekommen. Und nein, der Ball geht vorbei. Das möchte ich gern mal sehen. Eine Stunde Pong dokumentiert. Oder wie nennt man das? Kommentiert. Über 10 Stunden gegen den Computer. Pong gegen den Computer. Let's play. Ja, ich weiß, ich hatte Bücher. Ich glaub, man könnte so ein Let's Play machen lassen. Pong Animation kommentiert. Von irgendeinem KI-Videogenerator-Ding mittlerweile. Und das wird dann irgendwie mit Sepia und VHS-Video-Wackelfilter, sieht das dann aus wie ein Let's Play aus den 70ern. Damit könnte ich jetzt den ganzen Tag verbringen. Scheiße. Ja. 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 Und dann nehmen sie die Bücherstapel wieder raus, da möchte ich euch aber mal sehen. Ja. 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 Und was ist denn das denn, was ist denn das für eine Tür? Und ich werde gebannt für 72 Stunden, komme ins Fernsehen. alle reden über mich und ich komme dann nicht mehr online also auch wenn ich darf trotzdem nicht weil ich halt schüchtern bin ab 200 zuschauen werde ich schüchtern also schüchtern abschtern Hier ist eine Tür unten drin. Hier ist eine Tür unten drin. Damit ich dann Bücher habe. Jetzt habe ich es endlich verstanden. Und zu sehen, ob das Dach dann noch da ist, oder? Okay, 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 okay. 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 Vorsicht. Irre. Also die Theorie mit einem Block. Okay. 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 So. Okay. Du hast ja auch geholfen. Ich habe hier eigentlich eine Stadt gesucht. Ich habe hier 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 eine Stadt gesucht. Das war's für heute. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Wow 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 Das war's für heute. 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 eine Minute. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute.